Am Weihnachtstag des Jahres 1560 erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges und sahen zum ersten Mal in den gelobten Urwald hinab. Im Fluss kommt niemand lebend hinunter. Und ich sag dir, es geht doch. Und jetzt an geht es bergauf. Jetzt geht es bergab? So kann es nicht mehr weitergehen, Männer. Das Gelände hier ist so schwierig, dass wir einfach nicht mehr weiterkommen. Wir sind überall Indianer. Bagirre wagt nicht, sich jemals gegen die spanische Krone zu erheben. Wir sind hier nicht in Kastilie, wie er angefangen hat. Du bist meine letzte Hoffnung. Du weißt, mein Kind, für das Wohl unseres Herrn war die Kirche immer auf der Seite der Starken. Werden wir über diesen ganzen Kontinent herrschen. Wir halten durch. Ich bin der Zorn Gottes. Little in this world unfolds as we predict. Indeed, how could the Indians have supposed that the death of this unsung priest would bring among them a man whose life was to become inextricably intertwined with their own? Tell them, they must leave the mission. They say it was the will of God that they came out of the jungle and built the mission. They don't understand why God has changed his mind. You should never have become a priest. But I am a priest and they need me. If you die with blood on your hands, you betray everything we've done. It might is right. And love has no place in the world. A man of war. A man of peace. A land of timeless beauty. An age of conquest. The laws of heaven. The way of the world. The lives in the balance. Now, from the director of The Killing Fields, comes this year's winner of the Best Picture Award at the Cannes Film Festival. The mission. The land of the empire. Is it good enough to say that our children are stolen? But it's been a while to work on it. It's not gonna be a place to work. It's been a last mile in the Barbados. Did you die. So, next time to come? Tschüss. Ich habe hier mit uns verlangt. Ich bin eigentlich nicht ein Blasen. Ich bin auch nicht hier bei uns, aber ich habe nie ein Blasen. Ich habe mir nie ein liebt. Ich habe schon einmal geblasen, eigentlich nicht in der Lage gewaltt. Ich habe auch gesagt, bei uns im Hälften nicht mehr zu helfen. Ich habe auch gesagt, So habe ich noch nicht gewaltt, denn das war eigentliche ich… wie ich mit ihnen zu essen. Ich habe mich dann von mir geholfen. Hauli, liebe meine Kriterien, um etwas zu världen. Masih, mach! Geh das nur mit! Geh nicht mal. Geh nicht mal, was schwarzen war Sie? Wren, wer schnau? Wren, wer die warte? Wenn man hier ist, will man in Verrückung, da ist nicht wahr. Geh nicht mehr. Wie soll ich mit dir noch nicht verruhen. Er ist in Anaheimkeit. Ich würde das nicht sagen. Kolumbianer! Ihr habt den Diabler in der Gemeinschaft gebracht. Er ist ein Möbel. Er ist ein Möbel. Möbel! Das ist Möbel. Der Messias Redakteur hat uns die Nachrichten. Der Kater! Der Kater! Der Kater! ARD Text im Auftrag von Funk